Welt 2.0, Track 11, auf der EP, einfach mal reinhören. Wir sind ständig unter Strom und drehen voll auf. Dieses Biss bringt uns nach oben, doch wir stehen noch drauf. Wir pumpen, pumpen intakt und geben eh noch nicht auf. Wir haben den Medien gerade erst eben unsere Seelen verkauft. Wo bin ich hin? Ich hab kein Ziel und keine Grenzen. Das ist mein Leben in der schönen neuen Welt. Und ich freu mich, ich muss selber nicht mehr denken. Wir liefern doch die Medien täglich mein neuesten Held. Welt 2.0, Song, der eigentlich auf Initiative von Lukas eher in unsere Musikwelt gedrungen ist. In dem, was ich persönlich am geilsten finde, auf eine sehr fluffige Art und Weise das sogenannte Konvergenzparadoxon erklärt wird. Und was da noch drin vorkommt, das sagt Lukas. Ja, es geht im Prinzip um die Medienwelt, in der wir beide irgendwie ein Teil sind. Und ja, dass die manchmal anstrengend ist und man manchmal irgendwie Tempo zulegt, wieder ein bisschen Tempo zurücknimmt. Und dass das Ganze so, naja, auf jeden Fall immer turbulent ist, das haben wir in diesem Track drin. Ich weiß noch ganz genau, ich lag irgendwo auf einer Wiese in irgendeinem Park im Hamburger Osten. Und hatte auch gerade, das Studium lief auch gerade und das war auch alles Medienkrams und so. Und da habe ich dann angefangen, das Ding zu texten so. Und als ich dann Hecky da den ersten Entwurf geschickt hatte, er wusste sofort, um was es ging, hat auch gleich seine Strophe reingeklatscht und so. Und dann ist das Ding auf Sende begangen im Prinzip. Schönere Fragen übrigens gesungen, darf man nicht verschweigen von Daniel, wo er zeigt, er kann auch mal rockig. So, hier geht es zum nächsten Track, Start Design von 2009.